Willkommen zu einem kurzen Infovideo für das tägliche Bestreben bzw. für die Aufgabe Tötet 10 Pflanzen. Und das spiele ich ganz gerne in Glenumbra und zwar beim Wegschrein von Belkinfels, das ist östlich von Durchsturz gelegen. Reisen wir einmal zur Sehenswürdigkeit, ich glaube Turm der Westwacht heißt es, genau, Turm der Westwacht. Das heißt, wenn ihr angekommen seid, einmal zum Auge reiten, hier den Weg entlang. Und dann müssten ein Umkreis von diesen Tümpel, Teichen, Schlurfer herumschlürfen, Schlurfen, Schlürfen und die zählen dann für die Aufgabe. Ihr seht, hier haben wir einen, da drüben haben wir einen rumlaufen, also hier im Umkreis sind einiges an Schlurfern unterwegs, auch bei der anderen Seite. Und da könnt ihr ganz schnell diese Aufgabe erledigen, hier seht ihr drüben auch nochmal welche. Also hier einfach im Umkreis Turm der Westwacht könnt ihr ganz schnell und ganz einfach diese Aufgabe erledigen. Und das sollte auch schon gewesen sein, ihr könnt gerne mal reinschreiben, wenn ihr andere Spots habt, wo ihr die Pflanzen spielt, wo ihr dann dahin geht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich würde natürlich über Feedback freuen, Kommentar, Daumen nach oben, ich freue mich immer riesig oder noch ein Abo da lassen, verpasst ihr keinen Erfolg auf dem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen Abend, hier unter dem Video schaut und sage bis zum nächsten Mal, haut rein.